Kameleonsautor des Seltsank Kennen Sie die Kameleons? Kameleonide, griechisch? Amegron A? Kameleon Erdlöwe, auch Wurmzüngler genannt, sind eine Familie innerhalb der Klasse der Reptilien, Reptilia. Derzeit sind ungefähr 160 verschiedene Arten beschrieben, die sich in zwei Unterfamilien aufteilen, die echten Kameleons, Kameleonide, und die Stummelschwanz-Kameleons, Brokerseine. Nahezu alle Kameleons sind in ihrem natürlichen Lebensraum gefährdet, weshalb sie unter das Washingtoner Artenschutzübereinkommen fallen und ihre Haltung somit meldepflichtig ist. Verbreitung ursprünglich stammen die Kameleons aus Ostafrika. Ihre Vielfalt entstand allerdings in Westafrika und Madagaskar. Heutzutage findet man sie auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, besonders auf Madagaskar und im Mittelmeergebiet, aber auch in Indien und Sri Lanka, der Türkei samt der arabischen Halbinsel. Dennoch konzentriert sich der Hauptverbreitungstraum auf Afrika, außer Norden, und Madagaskar. Während die Stummelschwanz-Kameleons der Gattung Brokerseine nur auf Madagaskar vorkommen und die Erd-Kameleons der Gattungen Rampholeon und Riepeleon nur an der Äquatorial-Ebene Afrikas anzutreffen sind, kommen die echten Kameleons, Kameleonine, in allen oben genannten Ländern vor. Verbreitungsgebiet der Kameleons-Lebensraum Der Lebensraum ist bei den beiden Unterfamilien unterschiedlich. Die echten Kameleons sind Busch- und Baumbewohner. Der Körperbau hat sich dem Leben in der Höhe gut angepasst, Greifschwanz, Greiffüße. Dennoch gibt es auch ein paar Arten, die den Boden bewohnen. Bei den Erd- bzw. Stummelschwanz-Kameleons wird, wie schon der Name erahnen lässt, die Laub- und Krautschicht als Lebensraum bevorzugt. Außerdem haben die Tiere viele Öko-Zonen erschlossen. In der sich im Norden befindenden Sahara leben in den Oasen der Wüste einige Arten, ganz im Gegensatz zu Kameleons, die in extremer Kälte leben, wie zum Beispiel Kameleo-Schubotzi, das an der Schneefallgrenze des 4.500 Meter hohen Mount Kenya lebt. Ein weiteres Beispiel ist Bradipodion occidentale, welches die Muschelkiesdünen von Südwestafrika bewohnt. Dort ist es nicht nur besonders heiß, sondern auch wegen des hellen Bodens und der Sonnenreflexion Gleisent hell. Dennoch ist es schwierig, einer bestimmten Art einen eindeutigen Lebensraum zuzuordnen, da sich innerartliche Unterschiede des Lebensraumes über Jahrtausende herausgebildet haben. Hierbei liegen hohe Differenzen in Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur vor. Körperbau-Kameleons können in ihrer Körperform sehr stark variieren, Physiophrin. Dadurch ist es ziemlich schwer, einige Arten genau zu bestimmen. Die Formen sind nämlich vom Alter und vom Geschlecht abhängig. Feste Merkmale sind meist die Hörner und die Schnauzenfortsätze. Es gibt Arten, die sehr kleine Schnauzenfortsätze haben, Kalumanasutum, oder Tiere mit einem riesigen Schnauzenfortsatz, Kalumapasoniei. Für die innerartliche Erkennung sind diese Fortsätze unerlässlich. Außerdem gibt es verschiedene Hörner-Typen. Eine Art, Cameleo Quadricornis Crackilior, hat bis zu sechs Hörner, Cameleo Ionstoni nur drei. Des Weiteren haben die Echsen-Ock-Kipital-Lappen. Diese Lappen werden abgespreizt, um größer zu wirken. Damit sollen potenzielle Feinde verschirft werden. Körperbau eines Muster-Kameleons charakteristisch sind auch die verschiedenen Kämme. Jene Kämme kommen an Rücken, Bauch und Kehle vor. Der Rückenkamm ist variabel. Entweder sind es Gegelschuppen, Stacheln oder ein an einer Rückenflosse erinnertes Rückensegel, wie zum Beispiel bei Cameleo-Kristatus. Bauch- und Kehlkämme sind heutzutage deutliche Unterscheidungsmerkmale. Der auf dem Kopf befindliche Helm ist ein weiteres Merkmal. Er wird bis zu acht Zentimetern hoch. Er hat die Funktion, den Umriss des Kameleons so zu verändern, dass es nicht mehr als ein solches erkennbar ist. Genauso unterschiedlich wie diese Merkmale ist auch die Körpergröße, wobei die Männchen meist größer sind als die Weibchen. Das Riesen-Kameleon, vor Kiefer-Osterleti, sowie Kaloma-Pasoni erreichen eine maximale Gesamtlänge von ungefähr 68 Zentimeter, im Gegensatz dazu ist Brokesia tuberculata das mit 3,5 Zentimeter kleinste Kameleon. Eckige Klammer auf 1 Eckige Klammer zu der gesamte Körper der echten Kameleons ist für ein Leben in den Bäumen ausgerichtet, obwohl einige Arten nahezu ausschließlich Terrishtrisch leben, zum Beispiel Cameleona magwensis. Mit ihrem Körper imitieren sie verschiedene Teile von Pflanzen. Die echten Kameleons erinnern mit ihrem Körper an ein Blatt, die Erd-Kameleons an altes Holz oder Laub, besonders Brokesia decay. Außerdem haben sich die Füße zu Zangen umgeformt, mit denen sich jeder Ast umschließen lässt. Manche Arten haben zusätzlich Keilen, die den Griff noch sicherer machen. Die Füße haben einen besonderen Aufbau, insgesamt ist jeder Fuß mit 5 Zehen ausgestattet, wobei jeweils 2 und 3 Zehen miteinander verwachsen sind. Dabei sind die Hinterfüße genau umgekehrt in der Anordnung zu den Vorderfüßen, 2 bis 3, 3 bis 2. Zusätzlich zu den Füßen unterstützt bei den echten Kameleons der Greifschwanz das Klettern. Die Wichtigkeit dieses Schwanzes wird durch die fehlende Fähigkeit, den Schwanz abzuwerfen und zu regenerieren, Autonomie, verdeutlicht. Im Gegensatz zu den echten Kameleons hat der Schwanz bei den Erd-Kameleons eine eher geringe Bedeutung. Er ist relativ unbeweglich und hat nur eine Art Abstützfunktion. Eine Besonderheit ist die Fähigkeit, bei einem Fall von Baumdehnungen aufzublähen, so dass sie den Sturz abfangen. Augenkameleonangen sind ein besonders typisches Merkmal der Ächsen. Sie gelten als sehr hoch entwickelt und sind besser als das menschliche Auge. Sie haben zwar auch eine Linse, allerdings ist nur die Pupille sichtbar. Hornhaut und andere Teile werden von schuppenartigen Lidern umschlossen, die zum Teil mit dem Augapfel verwachsen sind. Diese Schärfe wird durch die Hornhaut bewirkt. Durch das Lidloch und die Pupille tritt zusätzlich ein Effekt ein, der am ehesten mit einer Lochkamera vergleichbar ist. Dieser Effekt bringt zusätzliche Schärfe. Dadurch kann das Chameleon auf bis zu einem Kilometer Entfernung scharf sehen. Somit kann das Tier mögliche Feinde rasch erkennen und Schutz im Blattwerk suchen. Eine weitere Besonderheit ist eine natürliche Sonnenbrille. Auf den Zapfen der Netzhaut, die nebenbei ein Zeichen für Tagaktivität und Farbensehen sind, können sich winzige Öltropfen anlagern, die angrenzende Sehneffen schützen, indem sie den Lichteinfall abschwächen. Eine weitere Fähigkeit, die nur den Chameleons vorbehalten ist, liegt im unabhängigen Bewegen der Augen. Sie sind so angeordnet, dass sich die Sehfelder nicht zu einem Bild überschneiden können, sondern immer zwei einzelne Bilder entstehen. Allerdings weiß man heute noch nicht, wie die beiden Bilder verarbeitet werden. Die ungewöhnliche Beweglichkeit der Augen wird durch einen komplexen Muskelapparat gewährleistet. Der tägliche Gebrauch der Augen folgt einem festen Muster und gilt für jeder Chameleonat. Zuerst wird unabhängig voneinander die gesamte Umgebung abgesucht. Ist ein Beutetier gefunden, wird es mit beiden Augen fokussiert. Wenn man sich die Augen noch genauer anschaut, stellt man fest, dass sie aus dem Kopf regelrecht herausstehen. Dadurch wird das Sichtfeld enorm vergrößert. Auf senkrechter Ebene beträgt das Sichtfeld 90 Grad Zeichen, auf waagerechter Ebene 180 Grad Zeichen. Es ergibt sich ein genaues Sichtfeld von 342 Grad Zeichen. Dadurch entsteht ein toter Winkel von 18 Grad Zeichen, der nur einen Teil des Rückens umfasst. Abgesehen vom Aspekt des Sichtfeldes.